Ich habe eine Runde Bingo mit Fruit und ein paar anderen Mates auf Gomma gespielt und ich habe gedacht, ich kann ja mal diese Runde aufnehmen. Eigentlich alles, nur wie bei Bingo, dass du halt eine Reihe vorher haben musst. Ich bin in einem Mangrovenwald, das schlechte Bion, wo man hätte spawnen können. Ich habe eine scheiß Insel mit irgendwas anderes drin, das ist auch nicht so gut. Ach, aber kein Runterspringen. Jo, da haben sie recht. Wieso man denn die Schallplatte kriegen oder einen Gold? Oh mein Gott. Niga, das sind alles schwierige Sachen. Ist das jetzt Erde oder grobe Erde? Haben wir alle dieselbe Karte? Ja, oder? Ja, ich habe eine scheiß CD-Karte. Ja, wir haben alle dieselbe Karte, das ist absolut schwierig. Ey, was ist dein Netzwerk? Ja, sag ich dir doch nicht. Also ich versuche jetzt erstmal dieses. Ich bin bei einem Mützel-Eyland auf jeden Fall. Finde ich gar nicht. Mit Leder und mit dem Encharted-Buch und der Melone und... Boah, Encharted-Buch, Junge. Wer hat schon zwei Sachen? Team Rot. Team Rot hat schon zwei Sachen. Wer ist Team Rot? Drück mal Tab. Mike, warum hast du schon zwei Sachen? Weil ich sehr viel Survival spiele und speck PvP. Ich bin derjenige, der hier bestimmt am meisten Erfahrung hat mit Survival. Nee, nee, nee. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung. Ja, Survival spiele ich aber seit... Anfang 2017. Ich seit... 19. Naja, zwei Jahre mehr Erfahrung. Ich habe keine weiße Farbe. Die kriegt man doch nur durch noch ein Mehl, oder? Äh, nee, es gibt... Also keine... Kann sein, was ich eigentlich habe keine Ahnung mehr. Äh, ja. Gibt es hier eine weiße Blume? Ich bin zu alt dafür. Die Blumen sind doch alle so hellgrau. Nein, ich bin doch eine weiße. Ähm... Nein, mit dem Gelbe. Mit dem Gelbe. So richtig random. Aber ich schaue... Halt erst mal Ausschau nach dem... Äh... Im Sohn kann doch auch die Helbe lohnt. Hier, du. Alter. Ich habe hier ein Bambus-Biom. Aber die Helbe... Erlebt mal noch Hunger in der Map, eigentlich. Keine Ahnung. Nein. Ich habe so lange, ich habe einen Dschungel gefunden. Geil. Oh mein Gott. Genau das suche ich auch. Oh, warme Biome. Perfekt. Okay, ich habe auch einen Dschungelabschnitt gefunden. Ein Hoch auf die 1.18-Generierung. Es könnte wirklich sein, dass wir im gleichen Dschungel sind. Ist der gleich. Mein Dschungel ist an der Border. Ja, habt ihr auch zu viele Bambus? Ich gerade nicht. Ah, es geht alles dort so rein. Ah, es ist genau der Rand. So, ich habe hier keine Melone. Mir auch nicht. Oh. Oh. Das ist auch gut, was ich gefunden habe. Was hast du denn gefunden? Das werde ich doch nicht sagen. Boah, du sagst du. Hat der auch ein Dorf? Ja, da ist eine Schwede. Ey, das ist so doof. Melonenscheiben. Wo hast du die Melonen gefunden? In jedem 2 Melonen. Junge, warum habt ihr so viele Eintens? Ah, doch, ich habe auch Melonen. Ich finde, go and bingo ist ganz geil, weil der ist nicht klar. Ähm, schnell eine Melone klar drin. Und Melonen haben wir auch. Okay, geil. Ähm, ich habe ein, ähm, ich habe ein Mindshaft. Das sind Strings. Irgendwofür ist Strings? Ja, freu ich aber nicht. Ich brauche kein Strings. Wofür braucht man denn Strings? Fing und Wartgamer hat das Eintensfaden gefunden. Das ist ja prima. Ach so, ich habe das gar nicht gesehen, das Strings auch. Dave hat 2, okay, dann will ich natürlich letzter. Aber Pau 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 ist letzter. Er war, nee, ne, ich will nicht. Ich will hier was machen, wenn ihr wollt. Ja, du musst das. Ich weiß nicht. Goldblum, Junge, du findest ja alles. Wie gesagt, das ist ein Mindshaft. Da findet man auch Gold. Ah, natürlich, ich habe den Goldapfel voll bis achtet. Da kann ich ja trotzdem etwas Gold so mitnehmen. Hast du Atelien-Things gefunden? Äh, ja, ich habe noch ein Atelien-Things gefunden. Ich bin gerade rum im Bingo. Da ist dein Lied. Let's go, auf sowas habe ich gewartet. Was habt ihr denn? Ey, Maike hat schon vier Sachen. Alter, bitte, bitte sei jetzt dieses Item drin, was ich will. Ich werde, ich werde. Noch, Digga, das ist nicht dein Ernst. Ich habe eigentlich auch Melons abgehofft. Einfach eine doppelte Katz, wieso nicht? Kann man aus Wolle Spings machen? Nee, oder? Ich habe nicht Melonen gefunden. Aus Wolle kann man noch keine Spings machen, oder? Doch. Nee, nee, aber anders. Ja, anders. Ja, muss auch funktionieren. Ihr wollt mich doch ver... Ja, ja. Ihr wollt mich doch rollen. Im Geld fehlen noch zwei Items zum Bingo. Geil, rechte Reihe habe ich denn schon. Ähm. Welcher eigentlich Spings machen? Hahaha, ihr stoppt. Ich ha... Wieso? Als wenn. Als wenn. Junge. Junge, wie viel Lack will man denn da haben? Es ist einfach zwei Spawner in der Mannschaft. Wieso nicht? Nein. Junge. Ich such mal hier nach Rollt in der Höhle. Der wollte mich rollen. Der dritte Spawner in der Mannschaft. Junge, der Cheatest nicht bestimmt. Nein, ich will das gar nichts mehr. 100% Cheatest nicht. Was machst du denn... Schaut im Stream von mir aus. Aber ey. Ich habe eine Besa-Biopen-Maldschaft. Ja, ja, sagen es ja alles. Stimmt, Eisenharnisch braucht man ja auch. Ach, hier hat man ganz vergessen. Jetzt, ich bin ja gerade im Scheiß-Mann-Grobenwald. Okay, geil. Das ist ein Zambi halt, Junge. Okay, wir haben Eisen. Hier Eisen. Hey! Junge! GG, Junge. GG. Warum? Warum hast du... Junge! Was hat dir noch gefehlt? Zeig mal.